Ja, herzlich willkommen beim Tanzen zum Mitmachen mit dem Magnus Keindl und der Katharina Mayer. Ja, das ist ein wunderbares Projekt vom Kulturreferat München der Abteilung Volkskultur und wir dürfen euch immer wieder wunderbare Tänze zeigen. Und heute haben wir uns einen ganz besonderen rausgesucht, der heißt nämlich Splermal oder die Sonnenblume. Und ja, es ist einer meiner Lieblingstänze, weil alle Tänze, die ich von meinem Papa gelernt habe, die mag ich einfach besonders gern. Und es ist auch wunderschön zu tanzen und man kann dazu singen. Also schnappt euch wieder jemanden, der in eurer Umgebung ist und nicht auskommt und tanzt dann einfach gleich mit mir. So, sag ich einmal. Gehen wir mal ein Stück weit zurück, oder? Und es ist wieder die ganz normale Tanzfassung. Der Herr greift mit seiner linken Hand aufs Schulterblatt. Die rechte ist es. Rechte, Entschuldigung. Ich mit meiner linken Hände drauf. Dankeschön. Und die andere Hand ist einfach gefasst. Man fängt wie meistens bei fast allen Tänzen mit dem Fuß zur gefassten Hand an und macht so kleine Nachstellschritte. Und eins und zwei und drei und vier zurück. Eins und zwei und drei und vier. Und dann kommt ein Nachstellschritt, ein bisschen nach innen zu Kreis. Mitte gedreht. Das seht ihr nachher, wenn wir im Kreis tanzen. Wechsel rein und wieder raus. Und in vier gemeinsamen Dreherrschritten einmal rum. Das wird wiederholt. Wechsel rein und wieder raus. Und vier Dreherrschritte rundherum. So, schöner Tanz. Ja, mir gefällt der. Ja, mir auch total. Das ist eine Siebenschrittform und hat eine wunderschöne Melodie. Also, finde ich zumindest. Ja. Und da kommen wir zu Singern. Oh, du schöne Sonnenblume. Du bist mir ins Herz reinkummer. Du steckst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Ja, du steckst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Und das geht dann dazu, auch passend zu den Schritten natürlich. Oh, du liebe Sonnenblume. Du bist mir ins Herz reinkummer. Du steckst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Ja, immer noch steckst du mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Genau. Jetzt Athul mit deiner Tonart. Und los geht's. Eins und zwei und drei und vier. Druck und zwei und drei und vier. Und Wechselschritt und Wechselschritt. Dreh, 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 Dreh und Wechselschritt und Wechselschritt. Geh schon! Alle machen mit! Du, 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 du bist in der Kurma. Du bist mir ins Herz reinkummer. Du steckst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Ja, du steckst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Oh, du, 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 jetzt Benz der Kurma. Du bist mir ins Herz reinkummer. Du steckst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Du steckst mir im Herzen drin, wie der Kern im Kümmerling. Du, 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 du bist in der Kurma. Schöpfer, die kümmerning, dada, dada, da, dada. Vorwärts, 1 und 2 und 3 und 4, 2 und 2 und 3 und 7. Und wechseln, wechseln, und wechseln Front herrum, und front herrum Und wechseln, und wechseln So schön, ein Lieblingstanz Und dann natürlich noch mit der Geigerei Schreiner Lieblingsmusikanten Schöner kann es gar nicht sein Aber drunter machen wir es auch nicht Nein, ganz bestimmt nicht Fürthreich und viel Spaß beim Mitmachen Bis zum nächsten Mal, servus Fürthreich Soppa